hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge igarus hier auf meinem kanal schön dass du wieder eingeschaltet hast freut mich ja und wenn dir mein let's play gefällt lass mir doch mal einen daumen nach oben da ein abo und die aboglocke nicht vergessen ja wir sind immer noch in der höhle ich fahre mir immer noch das zeug und hoffe ich laufe nicht wieder meine fackel rein wie in der letzten folge aber notfalls auch nicht wasser zum löschen ich habe eine fette lungenentzündung immer noch durch diese lungenentzündung habe ich keine ausdauer immer passiert mir sowas also hier ist jetzt nichts mehr hier ist noch mal eisen irgendwas näher ich weiß nicht ob ich die fackel hinschmeiß kann ja das geht gerade so nein ich sehe euer ernst jetzt muss ich wieder hier rum rennen und ohne licht komme ich nicht ran und dann ist das arsch dunkel das ist das problem kommen ganz beschissen hin was ist denn hier ist hier noch etwas nehmen hier ist noch kohle schmeiß mal die ohne nein eine fackel ist nicht euer ernst jetzt wo ist meine fackel hier gold jetzt habe ich kann nichts machen man wo ist die fackel jetzt so ein ich kann keine neue kraften nein muss ich jetzt hier raus erst mal erst mal gucken dass wir eine fackel rankommen mann 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 da sind doch die würmer bestimmt gleich wieder da hier noch noch eisen die fackel mir hat tatsächlich ins wasser gefallen muss dahin unbedingt noch was setzen oder ich weiß ja nicht respawn das eisen eigentlich das ist weg ich weiß halt nicht ob das eisen respawn oder so nervt doch nicht nein oh ja du mich auch jetzt fängt er auch noch an wenn wir wieder hier kackwolf der auf mich wartet nervt doch nicht wir holten hier es zieht sich jetzt zu jetzt aber jetzt jetzt können wir so na wir gehen wieder in höhle ich hoffe wir sollten vier sind nicht wieder da ich das hier jetzt mal wenn ich hier reinkomme die wieder respawn oder so ich glaube nicht mehr was war das hier das war eisen ne titan ernst ja das kriege ich ja noch nicht weg ich tippe mal auf einer auf einer stahlhacke oder sowas da muss auch noch was ist alles hier nicht reintreten ne so kupfer diese lungenentzündung ne man kann nix machen mit dem mist natürlich ist die ausdauer weg wegen der lungenentzündung auch so ein kleiner trick wenn es mal nicht geht in hocke jetzt habe ich es getan kriege ich nicht die fackel wieder her aber draußen kannst du jetzt stürmen ist mir egal das ist wieder das sieht echt brutal an da draußen ne naja komm ich so nicht hin haben wir ey gib meine fackel her gibst du meine fackel her da drüben ist doch irgendwas da ist ein löchli na jetzt hänge ich aber fest ein bisschen mein gott diese lungenentzündung die geht gar nicht mehr weg ne schon wieder bei 500 das heißt ich habe schon wieder eine neue jetzt oder was was sagen geh doch mal hier hin jaaa tolle wurst kann ich mir keine neue craften euer ernst ja so ein scheiß leck oh toll jetzt sehe ich wieder nix was stimmt das was lecken das jetzt so brutal das ist ne das gewitter ist übel was ist das für ein sturm alter da brechen die tanken weg hier geht ja richtig luci ab also eine höhle ist auch cool wenn man sich nicht immer erkälten würde hier könnte man vielleicht auch noch eine basis rein wollen aber ich weiß nicht gibt es so große höhlen dass man echte basis ein ballern könnte aber in aber interessant wäre das doch auch wenn man sich ja auch eine base hinbaut oder so dann kann man immer in die höhle und den looter ausholen ja so kann das keine facke machen warum faser faser fehlen mir ja wir sind ja noch ein bisschen geschützt hier das war mal ein bisschen ja ich denke mal da ist dasselbe problem er ist in der letzten folge schon sagt man bei dem langbogen muss man immer zur werkbank zum reparieren und ich denke mal dass man das auch machen muss wenn man diese spitze oder ähnliches reparieren möchte vielleicht brauchen wir nicht aber auch nicht da ist aber auch irgendwas gerade kaputt gebrezelt hat man sich gehört gerade ne so kupfer 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 hier haben wir eisen eisen ein bisschen gold ein bisschen kummi hier was zu haben ja muss ich hier noch ein paar fasern gleich mal holen ja die stürmer sind brutal mittlerweile also mittlerweile sind die richtig brutal bei mir hier wir sind bei tag 20 wir machen ja immer noch die 30 tagesmission exploring leveln und so weiter und ja es wird immer brutaler die stürmer werden so massiv schon was es gerade geleckt hat in der höhle ne warte mal wie viel haben wir hier noch 47 holz da können wir eigentlich auch habe ich noch eine mit eine habe ich mit noch ich kann ja nichts oh jetzt hat sich deinem wasser auch noch infiziert hier mal gucken auf der 6 achso ja der radius ist nicht sehr groß ne muss ich ehrlich sagen aber jetzt sieht man wieder was das ist das gold wieder ne ich weiß noch nicht wofür man gold braucht ich habe es noch nicht noch kein rezept oder irgendwas dafür achja bei mir auf der hütte übrigens weiß nicht ob ihr das gesehen hattet hatte ich auch einen blitzableiter stehen wenn er da noch stand muss ich gleich selber nochmal gucken ich meine ich hätte einen blitzableiter gebaut der die blitze dann umleitet ne oh du kommst da nicht hin ne so bescheuert ne wie soll man da hinkommen warte mal wir machen jetzt mal die weg so ne wir können ja nur nein jetzt egal jetzt haben wir zwei fackeln hier ist noch was nicht ins wasser fallen danke reisenerz durch irgendeine luft entfeuchte oder irgendeinen gedöns geht das dass man keine erkältung mehr kriegt oder so ich frage mich nur wo man den weg bekommt jetzt ist wieder alles verbuggt da drinnen ne warum ist auch noch eisen ich sag mal wie soll man da hinkommen du kommst dir nirgends wohin das ist schon teilweise echt übel ne hier ist noch eisen ja und da kommst du nirgends wohin ne aber wir gehen wir werden auf jeden fall mal die höhle im auge behalten ob das hier respawn das will ich wissen da ist noch cola sehe ich gerade aber gut nehmens zum einschmelzen ne da muss man so den holz nicht mehr verbollern und das hält auch länger man brauchst bestimmt später auch sofern das so gemacht ist für das feuer heißer haben willst ne weil mit holz kriegst das ja nicht heiß genug normalerweise so das noch titan und titan kann ich nicht abbauen ist nix mehr vielleicht zumindest nix mehr naja fackern lassen wir mal an fackern wollte ich gar nicht ja wir haben jetzt hier was haben wir rausgekriegt 118 äh kupfer 100 eisen kohle haben wir 40 rausgekriegt ähm 50 gold hier ist noch eisen ok 123 eisen ist nicht die welt ne und wenn man überlegt was man alles braucht und das ähm für dings meine ich was man alles braucht für dings und bums ja für wie die stein dinge du musst ja die nägel haben und alles hm also es scheint schon besser zu sein mit eisen gefühlt ist es besser schneller ach schon übergewicht oha schon zu viel ne quatsch ja dann müssen wir da ist ne wolf schon gespannt hab dich hab dich oha so hässlich ja geh weg noch ein wolf wiedersehen noch einer meine güte wölfe sind hier ganzes rudel diesmal nicht nicht mit feldsäck ich brauche die gar nicht noch einer ja sen ja sen äh ja 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 noch einen glaube ich doch doch gesagt ich höre einen da ist so einer am kauen die ganze Zeit er frisst hier meine kadaver weg ja ich schmeiß gleich irgendwas anderes raus hier fasern aus dem Müll also zwei stück versteckt versteckt haben sie sich hier noch einer noch einer loll alter drei auf einmal noch ein und schon der nächste glaube ich nein ist das messer schrott noch ein wolf hier meine gute wolf habe ich abgeschossen ist ja unnormal noch einen hier wo waren das alle so was rauskollen hier hat man fleisch immer so eine sache das kann auch weg reicht aber nicht dann schauen wir das holz auch aus egal mit können wir sammeln aber ich will nicht zurückgehen ich will zurück laufen hallo herr hier ist bleibt sie stehen bleibt auch stehen ich habe kaum ausdauer jetzt richtig ja ungefähr ungefähr die richtung norden ausdauer ist so schön übrig und entzündung ist immer noch aktiv herr war schweren ganze folge geschafft auch sehr gut punkte gemacht allein schon durch die ganze durch ganze wölfe wieder wenn er noch etwas gutes wisst wo man wo man noch gute punkte machen kann außer mit wölfe killen wenn das ja mal in die kommentare schreiben so lassen trinken immer hier am felsen lang ja menschen aber gleich wieder eine hütte dann können wir in der nächsten folge schon wieder richtig fleißig bauen ja ich hatte ja noch irgendwie um 20 30 über 30 barren hatte ich noch da können wir nägel von machen na guckse sogar die holzhütte steht hier noch hat den sturm überlebt also ich brauche hier definitiv eine brücke eine vernünftige brücke aber so füllen wir schnell auf hier das war ausschmeißen hier mal ein bisschen auffüllen so feinig feinig aber die brücke hat gelitten die brücke hat natürlich schäden genommen ist klar jetzt kann man schon mal reinkommen hier 20 so dann können wir das hier reinballern reisen kupfer den können wir voll machen da unten und hier haben wir noch gold kann man nicht verhütten aber man kann es ja trotzdem reinpacken weiß man wenigstens wo man es hat so kann das schon mal bearbeitet werden die fälle habe ich bis zum abwinken wie ihr seht aber schon 116 fälle am anfang braucht man die dinge so dringend und dann hat man so nachher ohne ende knochen reparieren aus einer werkbank glaube ich ne wo präpariert man die denn nach am amos auch man dafür bei werkbank repariert bei werkbank repariert was brauchst du dafür was kann ich leder ich dann eher dafür aber jeder habe ich doch wenn der test ja auch noch ohne ende auch das hier einschmeißen ja ich guck mal wo ich finde vielen dank auf jeden fall dass ihr mit dabei hat mein leben ich mache da mal ihr ende lasst mir daumen nach oben da ein abo abo glocke keine mitgliedschaft wenn ihr bock habt wir sehen uns dann in einer weiteren folge dann werden wir hier ein bisschen bauen ich werde schon alles vorbereiten und wir sehen uns so genau ja genau tschüss